Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic 2, die Nacht des Raben, LP. Wir waren gerade bei Saturas und wir haben ihm sein Ornament gegeben. Das wollte der Kerl ja schließlich haben. Und dieser Spielstand ist nicht der richtige. Dieser Spielstand hier ist der richtige. Ja, und da sollten wir doch glatt noch hier so ein bisschen irgendwie was nach hinten bringen. Haben wir ja die Quest bekommen irgendwie. Oder wir sollten irgendjemandem Bescheid sagen, dass er zu Saturas kommen soll. Und das werden wir natürlich jetzt alles nach und nach machen. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr wollt ja alle, dass wir zu Bospa, dem Bogner, gehen. In Ordnung, Jungs, werden wir machen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Ich möchte ja eh was Jagdverbundenes machen. Und eigentlich gehe ich sonst immer zu Konstantino. Aber man kann ja auch bei Konstantino lernen, ohne bei ihm angestellt zu sein. Deshalb keine Sorge, wir kriegen das alles noch hin. Riordian! Hey! Der Mann der Tränke! Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Aha! Eine verlorene Stadt auf dieser Insel? Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnes? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Hm, wie alt schätzt du diesen Bau hier eigentlich? Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Aha! Na gut, Satoras wünscht dich zu sehen. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann wird ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Alles klar, Nefarius ist also auch wieder am Start. Riordian war ja im ersten Teil der Mann der Tränke, wenn ihr euch richtig erinnert. Jetzt ist hier zumindest Riordian schon mal da, Nefarius auch scheinbar. Wir werden also wieder einige Leute neu kennenlernen. Die Steintafel schnappen wir uns natürlich auf. Zack! Und schauen mal, wie das jetzt hier so weitergeht. Und ich höre doch schon wieder Leute quatschen. Ach, sieh an! Kronos ist auch am Stüssen. Merdarion ebenfalls hat der Steinwächter. Der hat nur noch eine alte Münze. Die nehmen wir einfach mal mit. Mit Myxir, aha. Nefarius, so, so. Und was haben wir hier? Ein Ruhentisch, ein Alchemietisch und ein Brathähnchen. Können wir das denn drehen? Das ist zu weit entfernt. Ah, schade. Will wohl nicht so ganz funktionieren. Na gut, dann quatschen wir mal eine Runde mit Nefarius. Hey! Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Ja, ähm, ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarians Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder Ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Oder ein Steinkreis. Ja, was ist das für ein Portal? Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt hat. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Hm. Weißt du schon, wie man dieses Portal aktiviert? Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Okay, und aus welchem Grund wurde jenes Ornament zerbrochen? Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Tomköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich ist es nichts Gutes. Oi, 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 das klingt ja ganz schön spannend. Hey, du. Wegen der fehlenden Orgamente? Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es vier. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Okay, gut. Dann haben wir das erstmal durch. Dann gucken wir mal, was uns Mücksi hier zu erzählen hat. Was machst denn du hier? Alles klar. Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Ja, was machst du denn nun? Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Aha, was steht so auf diesen Steintafeln? Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Aha, und kannst du das Lesen uns lehren? Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Juh, das kostet uns aber einige Lernpunkte, die wir jetzt zu Anfang natürlich noch nicht vergeben, wollen, dann schauen wir mal, ob wir nicht mit Kronos und Merdarion ein wenig warm werden können. Kronos, kann ich dich kurz stören? Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Aha, und was machst du hier? Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum, und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Aha, erzähl uns mehr über diese Steinwächter. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen, und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen, und das auch bleiben. Naja, du wirst das schon schaffen. Kannst du uns ein bisschen was verkaufen? Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Joho, was brauchen wir denn eigentlich? Feuer, Pfeil, Eislanze, Licht. Ist für namenlose Helden nicht. Schwefel, Laborflaschen. Hm, wir können ihm ja erstmal die mittlere Org... Ach wohl, nee, gar nicht. Die verkaufen wir ihm nicht. Haha, wir wollen die ja abgeben. Hm, das Wolfsmesser könnten wir eigentlich verkaufen. Ja, verkaufen wir mal das Wolfsmesser. Die ganzen schweren Äste, die werden wir sicherlich auch nicht mehr brauchen. So, und dann... Äh, quatsch doch mal eine Runde mit Mertarion. Upsala, das war der falsche Knopf. So, bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ach so, und was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Mhm, und ihr wollt tatsächlich durch jenes Portal gehen? Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Mhm, und was weißt du über diese Erdbeben? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Wahrscheinlich. Ähm, was glaubst du eigentlich, dort drüben zu finden? Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Hm, klingt sinnvoll. Wie kommen wir denn eigentlich am schnellsten zurück in die Stadt? Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Äh, du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Na, Kronos! Na ja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Mhm, und wo ist dieser Teleporterstein? Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Na dann, her mit dem Schlüssel! Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her! Wenn du meinst. Hier hast du ihn. So, so, ähm, und wo sind die anderen Teleportersteine? Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Mhm. Kannst du uns etwas über die Magie beibringen? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. All right. Dann würde ich mal sagen, sind wir natürlich todesmutig und werden jenen Teleporterstein einfach mal benutzen. Wäre ja gelacht, wenn wir da dran einfach jetzt draufgehen würden. Zack, Tür auf. Wupp. Mit Schlüssel geht das ja jetzt. Dann speichern wir mal ab. Und werden mal schauen. Uh, das Ding wabert hier auch schon ganz mysteriös. Komm, Schlösser knacken, verstehe ich. Das ist mit Ruhe. Die können wir noch nicht knacken, weil wir Schlösser knacken noch nicht gelernt haben. Was liegt denn hier sonst noch rum? Hier ist irgendwas mit einem Gitter. Höchst interessant. Höchst interessant. Haben wir denn hier irgendwo einen Schalter? Ich weiß gar nicht. Ich war, glaube ich, noch nie hinter diesem Gitter. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hinkommt. Aber vielleicht, vielleicht. So. Ich sehe keinen Schalter. Wenn ihr einen seht, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, dann würde ich mal sagen, sind wir mal todesmutig? Das ist ein Schalter. So. Vielen Dank.